Muss ich doch mal gucken, ob es da noch ein deutsches Handbuch gibt oder so. Ja. Ja, hat man auch schon mal reingucken können für... Im Ordner Steam, ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, wo das ist. Ah, dann finde ich das gut. Da sind ja alle, äh, alle, alle. Da kann auch sein, dass das hier, diese, diese Tastaturbelegung... Wann kriegt man denn den ersten Punkt, wenn oben der gelbe Balken ganz voll ist, ne? Hm. Ich stehe ganz kurz vor meinen vierten Punkt. Ja, ich hab dann nicht mal, ich hab dann höchstens 0,5. Du kannst auch, die eigenen Schlachten kannst du auch alleine erstellen. Du musst nur, wenn du eigene Schlachten erstellst, musst du nur darauf denken, also daran denken, dass du die KI dann anstellst, ne? Ach so. Weil sonst dachte hier, es sind nicht genügend Mitspieler da. So, manchmal klingen die Maschinen ja wie FTF1. Ja, komischerweise, ich fichte jetzt auch mit 100%, aber du fliegst mir weg. Du bist ja 96, 97, 98 Kilometer. Ja, ich bin vorhin hinter dir her geflogen, beim letzten Start, und ich hab dich stramm aufgeholt. Ich war bis auf 50 Meter dran nachher. Du warst, glaub ich, 1,2 Kilometer weg. Sehr merkwürdig, weiß nicht, vorhanden nicht. Vielleicht an der Maschine. Na gut, wir haben ja die Flinger quasi das gleiche Modell. Ich glaube, ich muss meine Maschine mal aufrüsten. Ich hab ja jetzt auch den hier Heli-Simulator 2014, hab ich vorhin gesehen. Heli-Simulator? Helikopter-Simulator 2014. Hör du bei Steam angezeigt, wie ich gestattet hab. Hab ich mir einen Film angeguckt. Wann war das um 10 vor 8 noch? Warte, wir haben aber nicht. Den Heini spielt, oder was? Den Heini, oder was? Äh, Rescued Heli, oder was? Nee, Helikopter-Simulation 2014, hieß der, Logi. Ja, da muss ich gleich nochmal schauen. Das ist auch so, Rettung, Nordsee, Dern, und äh, alles Mögliche hatten sie da. Äh, ich glaube, 8 verschiedene Hubschrauber. Aha. So, da hinten sind die. Dann wollen wir da auch mal eben hin, oder? Ich glaube, ich bleib hier mal bei diesem Flughafen hier. Obwohl? Ich hab ein Date mit Haru. Da sind die alle. Ah, ah, ah. Dann nämlich Samuel. Da brauchen wir auch immer den gleichen Namen, ne? Ha, die. Oh, da ist der Ding, ist der Nia. Ah, nein. Oh, der Ding ist Nia. Ach, Samuel wolltest du? Äh, gut. Das ist egal, ich kann auch den Haru nehmen. Oder den Vladimir. Keiner hin und her. Keiner hin und her. Ja, ja, mach ich auch gerade. Aber der Samuel ist gerade am nächsten bei mir. Nee. Wenn die eigene Flak wächst noch am Achtel, wo sie hinballert. Ja, die hören ja nicht auf zu schießen, ne? Äh. Da fliegen die anderen meist auch mit Absicht rein, hab ich so manchmal das Gefühl. Ja, also du bist immer noch mit Samuel beschäftigt, ne? Ja. Dann lasse ich den mal zufrieden. Max. Max ist ein sympathischer Name. Also. Ich suchte, ich so. Kümmer mich darum, dass der Name wieder frei wird. Okay, Samuel hat sich auch erledigt. Nämlich Joy. Oder Joy oder Joy oder wie weiß. Max ist weg. Tschui auch. Hey Mann, du hast wieder drei, vier Mann hinter dir, ne? Nur so zur Info, ne? Wie machen die das immer? Hui. Ich helfe dir mal. Oh, hier. Ich kann auf den Kopf fliegen. Hast du gesehen? Ja, hier fliegt ein Falschirm. Ja, ich noch nicht. Noch nicht. Hey, ich hab doch gesagt, hier fliegt ein Falschirm. Bist du an den Falschirm oder Asili? Luke. Dann ist der Asili nämlich hinter dir. Oh. Ja, ich sehe es ab. Aber der Schießt strammt vorbei. Oder warst du das? Au. Die ist zweimal getroffen. Aber wieso ist er immer noch in der Luft? Ja, Luke. Und da haben wir ihn getroffen, ne? Jetzt klemmt die Waffe wieder. Immer dasselbe. Hilfe. So, Luke ist auch weg. Scheiße. Ne, der fliegt immer noch. Der ist hinter mir doch nochmal. Jetzt fliegt er nicht mehr. Noch fliegt er aber nicht mehr lange. Ja, der hinter mir ist jetzt aber gut. Flugzeug ist zerstört. Na, warte, ich krieg den. Warte, 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 warte. Also. Fliege ich mir über das, der Sack. Wo sind denn hier die hohen Punkte? Da sind wir hier. Ja. Da sind wir hier. Ich glaub, der hat mich schon wieder irgendwie getroffen, ne? Aber mein Motor wird nämlich schon wieder so langsam. Kann man runtergehen. Ich bin schon ein paar Mal getroffen, aber ich halte mich immer noch. Ich bin immer noch... An dem... An dem Giovanni dran. Ja, er hat einen Motor getroffen. Ich geh mal eine Runde landen, ne? Mal gucken, ob ich die Maschine runterkriege, heile. Weil mit der Geschwindigkeit brauche ich nicht mehr in einen Kampf reingehen. Da bringt nichts. Treffer. Ich war grad bis auf 15 Meter ein... dran. Harry, jasses. Ich bin gelandet. Ich hatte grad... Du kannst... Du kannst... Anden, und dann wird das Flugzeug, glaub ich, repariert, ne? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich hatte hier grad einen Bug. Wie, du hast grad einen Bug? Ich bin kurz stehen geblieben hier. Das Bild. Yo! Und tschüss. Wie, das Flugzeug nicht repariert, wenn man handelt? Oder wie war das noch? Wo bist du denn gelandet? Direkt auf dem Flughafen? Nee. Der weiß ich das jetzt ehrlich gesagt. Mein Motor... ...geht heiß hier. Mal gucken, vielleicht kann ich ja nochmal starten. Oh, da kommen Bäume. Piloten, der mittelschwerer Panzer heißt. Ich bin auch geschüchtert. Ich bin auch geschüchtert. Irgendwie muss das noch zu machen sein, sonst würden sie es ja nicht von uns verlangen. Die Flak, das funktioniert. Die kriegst du. Ja, jetzt habe ich mich selbst in Stassenkram geflüchtet. Flügel abgerissen. Dann hörst du So Jungs, ich habe ein neues Zugzeug. Geht mir aus wie. Fliegst du jetzt Vollgas? Ja. Guck mal hinter dir, wer da angebrummt kommt. Du holt schon wieder auf. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Juuui. Ja, komisch, ne? Eigentlich bin ich ja schwerer wie du. Du musst doch eigentlich nicht. Hm, was hast du jetzt gesagt? Ja. Ich gehe mal nach A hin. Bei B und C, da sind ja genügend Flugzeuge rum. Ich gehe mal nach A hin hier. A braucht nämlich gleich Hilfe. Mach du A. Mal gucken, wo ist denn noch was in der Luft unterwegs. Da ist Leo schon wieder. Da ist Leo schon wieder. Aber das sind Ziele, die blinken. Aber das sind mittig schwere Panzer da. Nix. Ich habe nichts mehr anfangen. Wieso machen die Flieger Alarm? Ich bin's doch. Bin sie bescheuert oder was? Dass immer die Waffe klemmen muss. Doch, das hast du davon. Und wage es nicht, beim nächsten Spiel wieder zu kommen. Ich muss hier weg. Hier ist Flack. Oh. Ja und, da fangen wir wieder von vorne an. Richtig. Der hört doch nicht so an. Doch, hier ist nichts los. Oh, ich probiere mal was. Die Panzerwagen kann man auch abschießen. Bloß mittelschwere Panzer geht nicht. Man muss auch aufpassen. Die schießen auch zurück, die Jungs. Das ist die schwere Panzer. Ja, da brauche ich nicht versuchen. Aua. Das ist immer zurückschießen. Au, 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 au. Äh, habe ich auch gerade. Ich schieße nur allen Rohren zurück, die Jungs. Ich schieße nicht rum, tu, was dagegen. Nicht lang schnacken, koppeln lang. Ja, Munition ist natürlich leer, aber ja, klar. Ist von mir auch gerade, naja. Ja, also ich drücke mal auf J. Achso, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das war ja ratzfatz. Ich war nur gerade raus, ich glaube, ich war zu tief. Das war schon... Jawoll, Flak zerstört. Das war ja ratzfatz. 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 Hey! Wenn es ja wohl mit Höchern im Flugzeug zu verloren So, die haben alle Flugzeuge verloren Ach, kann ich ja nach Hause fliegen Ja, die haben gewonnen Schöne Orchesteraufnahmen, kann ich nicht mal zeigen Zwei Bodenanheiten, cool Guck es, ich habe genauso viel tot gemacht wie du Aber ich habe zwei Bodenziele Und du bist zweimal gestorben, ich war einmal Zwei Mal? Ach ja, stimmt Einmal bin ich ja hinter dir, genau Dieses Totenkopf-Symbol, das ist dein Tug Aber das ist eine Mission, die kann man ruhig mal öfters Da ist wenigstens was los Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal